Heimat. Echtes Handwerk. Faire Preise. Hallo und willkommen in meiner kleinen Fleischerei. Seit 1936 produziert unser kleiner Familienbetrieb traditionelle Rezepte neu interpretiert. In der Woche vom 29. September bis 2. Oktober halten wir Ihnen besondere Angebote bereit. Zarter Schweinegulasch. Handgeschnitten. Nur 49 Cent. Außerdem 2 Spinat-Käsebratwürste für nur 1,66 Euro. Ab Mittwoch, den 30. September wieder Hausschlachten. Hier stimmt die Qualität. Fleischerei Preuss. Ihr Fleischerfachgeschäft in Lauchhammer. Weil es nicht Wurst ist, wo man Wurst isst.